Servus und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play. Ich bin Gobbel und wir spielen Psycho-Arts. Wo wir... äh, letzte Runde... Wo ist er denn? Den Kneppener. Was ist denn? Was ist denn? Wo ist denn unser Napoleon? Äh, hallo? Ne, ah, die Dame ist auch... ach, die ist da hinten, genau. Ne, die haben wir ja... der haben wir ja geholfen. Und wir haben ein kleines, ja, interessantes Spiel mit Napoleon gespielt. Also mit dem richtigen Napoleon, nicht mit dem... dessen Kopf er noch bewohnt. Ich weiß Gott gar nicht, er hat sich irgendwo Speng gelegt. Ja, hier schläft er. Hey, Fred! Fred heißt der Ding. So, als nächstes müssen wir aber noch... Boah, denn der, der war da oben, gell? So, da hätte ich gerne einen Ball. Und dann müssen wir mal diesen netten Kerl hier noch helfen. Ich glaube, er ist Maler, aber er baut hier gerade... in den Garten aus. Was macht der denn da? Hey, wie kommst du mit dem Gemälde von Dr. Loboto voran? Ich bringe es ihm gern vorbei, wenn du fertig bist. Schweig! Ich. Ich. Konzeptualisiere. Ah ja. Er konzeptualisiert. Ich würde mal sagen, wir müssen mal kurz dem Laufen mal in seinem Verstand eintauchen, um festzustellen, wo jetzt genau das Problem liegt. Und zack. Was ist das? Arbeitest du an einem abstrakten Bild? Ja, so könnte man das geschehen sagen. Hä? Ähm. Kommt dann normalerweise... Ja, so ein Strudel kommt doch da. Sieht doch da nicht... Ähm. Ähm. Das ist ein beeindruckendes Kartenhaus, das du da baust. Aber es ist nicht hoch genug, um sie aus ihrem Gefängnis zu befreien. Wer ist sie? Ich weiß nur, dass sie schön ist. Perfekt. Und traurig. Tag für Tag weint sie rosige Tränen. Und ich kann nichts dagegen tun, weil meiner Kreation etwas fehlt. Und den Stier hält sie leider auch nicht aus. Welchen Stier? El Odio. Der Stier. Aha. Er hat das Kartenhaus kaputt gemacht. Auf meinem Weg muss ich irgendetwas Wichtiges verloren haben. Aber ich weiß nicht. Ich glaub, dir fehlen die Damen. Soll ich sie für dich suchen gehen? Bring mir alle Karten, die du findest. Ich muss den Turm vollenden. Ja, ähm. Wir müssen also ein Kartenspiel vervollständigen. Na, wie schön ist das denn? Wo sind wir denn hier schon wieder? Oh je. Äh. Äh. Äh, der Gringo. Ich glaube, wir sind in Mexiko. Du meine Güte, geht es dir gut? Armer kleiner Kerl, kleiner Kratzer am Rand, vielleicht kann ich da das Preisschild drüber kleben oder so. Auch eine sehr stylische Kleidung, die wir hier gerade haben. Die Güte App, um zu sprechen. Hey, sind dir zufällig irgendwelche riesengroßen Spielkarten begegnet? Hey, sind dir zufällig irgendwelche riesengroßen Spielkarten begegnet? Da kommen wir hin und hoch. Poker mit den Jungs. Man muss ja Wunder vermissen. Und die Karten, du weißt wo sie sind. Übrigens, wir kamen gerade die Bildung von vier Damen. Aha. Und die Karten? Du weißt wo sie sind. Oh ja, ich weiß etwas über diese vier verlorenen Damen. Das ist alles. Mit vier Damen kann man nicht viel anfangen, was? Das sind genau die Karten, die ich brauche. Wo sind sie? Das sind genau die Karten, die ich brauche. Wo sind sie? Vergiss es besser. Sie werden von ziemlich miesen Typen bewacht. Und natürlich von El Odile. Du bist besser dran, wenn du einfach hier bleibst und deinen Kopf ein klein wenig nach links drehst. Ich habe meinen Kopf nach links gedreht. Es ist nichts passiert. Ich denke, ich gehe das gerade nicht, denn ich hänge in einem Dialog fast. Äh, ich denke, ich hasse diesen Stier. Wirklich, ich hasse ihn. Oh, wie ich diesen Stier hasse. Ich denke, ich hasse diesen Stier. Glaub mir, mit der Zeit wirst du ihn noch mehr hassen. Anfangs, als er mich hier eingesperrt hatte, war ich ja auch nur milde Verstimmten. Was meinst du mit Gefangen? Bist du ein Gefangener der Kunst, so wie Edgar? Was meinst du mit Gefangen? Bist du ein Gefangener der Kunst, so wie Edgar? Ich bin ein Gefangener dieses dämlichen Stiers. Ich möchte nicht, dass er mich auf die Hörner nimmt. Deshalb verstecke ich mich hier wie ein freudiger Hund. Du bist ein Hund. Na gut, aber verstehe das jetzt bitte nicht falsch. Du bist ein Hund. Ja, aber ich bin ein Bernadiner, Mann. Ich sollte in den Bergen sein, hoch über der Baugrenze. Ein Fässchen Brandwein um den Hals. Die Welt erkunden und Motive zum Malen finden. Nicht nur diesen Müll hier, der übrigens zu verkaufen ist. Das ist ein Bild von mir übrigens hier links. Das sieht man ja, ne? Die Brille und die Mütze. Hat er aber schnell gemalt. Hey, bist du aus der Gasse herausgekommen? Wie bist du aus der Gasse herausgekommen? Wir sind hier gefahren. Die Flucht liegt nur in der Kunst. Ist das so eine Art mit Kaffer? Oder meinst du wirklich, ich komme hier raus, wenn ich mir ein Gemälde schnappe? Schnapp dir ein Gemälde und ich schnapp mir dein Bein. Aber wenn du eins kaufst, könnte dir das vielleicht helfen. Sie sind magisch. Okay. Na gut, ich gehe dann mal. Na gut, ich gehe dann. Naja, man sieht sich. Halt dich von der Gasse fern. Jaja, okay. Also wir haben hier Gemälde, wie wir sehen. Kaufen kosten 0. Das habe ich gerade neu hereinbekommen. Perfekter Zustand. Yep. Kaufen kosten 5. Kommen wir zu etwas anderem. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Die Rose. Zeitloses Symbol der... Ja, bla, bla, bla. Ja, ja. Und hier, die können wir nicht kaufen. Was haben wir hier? Wir können hier noch eine Britte hauen. Dann habe ich noch eine Teleport-Option. Ich würde sagen, dann kaufen wir doch mal die beiden weder hier. Und was mache ich jetzt damit? Viel Spaß mit dem Kunstwerk. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem probischen Kunstwerk? Ja, ja. Und er hat gemeint, ich soll nach links gucken. Ich kann hier vielleicht so ein Bild hin schweinern. Na, dann nehmen wir doch mal... Torbo... Torbo... Torbo-Gen-Gemälde oder das Rose-Gemälde. Ja, ich würde sagen, wir nehmen erst mal das Torbo-Gen-Gemälde und drücken F, um es da hinzuschmeißen. Und dann können wir hier hin und schlafen. Oh, das ist ja... Nima! Jetzt kann ich Edgars Kraten beschaffen. Das ist ja echt interessant, hier mal... Oh, da ist der Stier. Oh, da kommt er schon wieder. Hier kommt ein Truhen-Anhänger dran. Weg. Hier kommt ein Truhen-Anhänger dran. Okay. Hier kommt ein Truhen-Anhänger dran. Das ist scheinbar auch nichts. Aber wir haben wieder einen Stufenaufstieg. Opsa, hurra. So, da ist der Stier. Und ich laufe und da hinten kommt er schon wieder. Oh, so. Okay, warten, warten, warten. Jetzt. Lauf, 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 lauf. Mist. Zieht er mir eigentlich irgendwas ab? Nö. Halt, Stier und jetzt lauf. Schneller, schneller. Ja, ja. Geht's hier rein? Geht's hier irgendwie rein, bitte? Nein! Alter! Nein, ich war doch schon vorbei. So, komm. Jetzt. Lauf, 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 lauf. Sehr schön. Alter, ja, ich sehe, dass da was drin ist, aber ich kann grad nicht jetzt lauf. Lauf, 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 lauf. Was? Was ist das denn? Das sieht nach einer Dame aus. Und jetzt bei uns, frisch vom Blutbad baden in Baden-Baden. Tiger! Was ich den jetzt besiegen will? Wach auf, kleiner Mann! Zeit für ein Slavsen! Ich bin wach. Gut, denn es ist Slavzeit für dich, vierte Portion. Wovon sprichst du eigentlich? Du willst also mit mir um eine Karte kämpfen? Nun ja, ich suche so ein paar Karten. Und dann muss ich das Sandmännchen ganz tief zu dir hinunterbeugen. Du drei Käse hoch, weil du so winzig, wunzig klein bist und da. Schon gut, ich habe verstanden. Halt die Klappe und lass uns kämpfen. Dann bin ich still. Aber nur um das mikroskopisch kleine Spektakel zu genießen, wie du versuchst, mich zum Schweigen zu bringen. und dann bin ich still. Oh je, oh nein! Alter, ist das jetzt hier so ein Ringkampf oder so? Kann ich grad speichern? Hab's ja so weit ich gar nicht. Speichern, speichern, speichern. Speichern. Überspeichern wir mal Glorias Theater. So, X verlassen, verlassen. Und los geht's. Au! Alter! Au! So, dir gäbe ich. Ha, 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 ha. Zack. Der kann ja gar nichts. Oh, oh, das sieht gar nicht gut aus. Au! So, Moment, ich brauch mal hier ganz kurz... einmal bitte Schild. Das war auch die... Na, sagen wir mal auf. So, mit der linken Maustaste können wir ja schießen. Was übrigens... Aua! Alter! Ja, das ist eben gut! Ha, ha. Ey, der kann ja gar nix. Oh, hierher kann's schlagen. Okay, er kann Schlagen. Hutleg,utleghü! Shoot! 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 Dem Tigersprung zu entgehen erfordert wahres, akrobatisches Talent! Ja, ja, ich weiß. Hmm, zum Beispiel... Aha. Jetzt schlage ich zu. Nein, lass mich! Alter! Das macht doch endlich! Du gewinnst! Süße Träume, Kätzchen! Oh, oh, oh! Ja, waren wir ja schon unsere erste Karte! Wunderbar! Schön! Oh, da sind wir ja! Wo ist denn unser, äh, Tiger? Da, nimm Edgar! Ah, das ist genau die Karte, die ich suche! Unsere erste Dame! Bitte, Kleine, ich brauche diese Damen! Und was? Wunderbar! Okay, das ist ein bisschen einiges zu tun. Aber wir haben hier, ein, zwei Stellen, wo wir rein springen können. Ich könnte mir hier mal gucken. Ich spring da einfach mal rein und guck mal, wo wir landen. Das fängt ja schon mal super an. Hilfe! Hallo! Ah, hier sind wir wieder. Wie kommt man denn jetzt hier rein? Nein! Alter, ich hasse diesen Tiger, wie ich ihn, äh, diesen Stier, wie ich ihn hasse. Ja, und weiter. Hier sehen wir. Nein, das hat doch vorhin funktioniert. Jawohl. Jetzt schnell, blau, blau, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Hier drin waren wir ja gerade, ne? Oder sieht es jetzt anders aus? Ich weiß gar nicht. Ich guck mal, wo wir hier hin. Hier kann man sich anscheinend rüberhangen. Oh, 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 oh. Nein! Ach, doch nicht bis hierhin zurück. Das ist doch ein schlechter Scherz. Jetzt aber los, 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 los. Ich gucke einfach mal, ob wir jetzt hier diesmal woanders hinkommen. Ach, jetzt sind wir wieder hier zurück. Okay. Ja, ja, komm. Überspringen bitte. Ah, hier ist also Tiger. Was passiert, wenn wir jetzt hier durchspringen? Ah ja, dann sind wir wieder hier. Interessant. So, dann klettere ich nochmal hier hinauf. Duppelt ein. Schwinge mich hier einmal hinüber. Nein, nein, nein. Okay, nochmal. Aber es scheint so zu funktionieren. Ich habe mich bloß versehentlich gedreht. Jawohl. Und höp. Und höp. Rüber. Warte, bis der Tiger kommt. Schaukeln, schaukeln, schaukeln. Und höp. Und höp. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Mist. Nein, nicht wieder so weit zurück. Alter, der gönnt einen auch wirklich gar nichts. Nein, alter. Jetzt aber. Jetzt, 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 jetzt. Lauf, 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 lauf. Jawohl. Drauf. Hinauf, hinauf, hinauf. Hinauf, hinauf. Hinauf, hinauf. Hinauf, hau. Oh. Ah. Nur nicht runterfallen und so, ne? Aber das kennt ihr ja von mir. Da bin ich meist zu drin. Na, alter. Das klappt heute aber auch gar nicht, irgendwie. So, rüber. Nein. Dann rüber. Genau. Und hier hinauf. Und hier rüber. Schaukeln. Und springen. Und springen. Und springen. Na also. Geht doch. Nein. Nein. Wieso springt er nicht bis zum nächsten Team? Okay, jetzt mal Konzentration. Ja. Wir schaffen das. Wir sind El Gringo. So, warten bis er kommt. Und springen. 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 Nein. Kann ja wohl nicht sein hier. Und springen. Und hopsa. Und rüber. Und warten. Besser. Komm, warten, 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 warten. Warten. Schön warten. Schön warten. Springen. Ach, komm jetzt. Oh, da oben ist übrigens kein Hänger. Ach, komm jetzt. Ach. Alter. Was willst du? So, jetzt mal durch, 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 durch. Sehr schön. Einmal da drauf. Hier da hinten. Wie kommen wir denn da hoch? Am besten gar nicht. Am besten konzentrieren wir uns jetzt mal hier rauf. Oh, guck mal. Das ist auch cool, ha? Ja. Hihi, da habe ich hier voll nach vorne und so gemacht. Ja, 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 ja. Warten bis er kommt, warten bis er kommt. Schon mal schwingen. Und höp, und höp. Jawohl. Ja, ja, ja. Umdrehen. Warten bis er kommt. Warten bis er kommt. Komm schon. Jetzt. Ja. Ja. Äh, äh, äh. So. Was sind wir denn hier? Na, der ist ja auch hübsch hier. Oh, da kommt schon wieder so einer. Ah, gleich drei. So. Wunderbar. Aha, da haben wir ja noch mehr gemeldet. Hallo. Ja, ich habe einen anderen Hund gesehen, der auch Kunst verkauft. Ist das eine Ladenkette? Ja, ich habe einen anderen Hund gesehen, der auch Kunst verkauft. Ist das eine Ladenkette? Ah, du hast schon meine Kollegen getroffen. Als junge Künstlerhunde tollten wir gemeinsam durch die Straße. Aber jetzt. Warum haut ihr Jungs nicht einfach ab? Warum haut ihr Jungs nicht einfach ab? Du würdest es nicht verstehen. Elodio hält uns alle gefangen. Die Flucht liegt nur in der Kunst. Und heute ist der einzige Tag, an dem ich sie so billig verkaufe. Morgen steigen alle Preise, weil die Touristensaison ergibt. Könntest du mir noch was von deinen Hundefreunden erzählen? Könntest du mir noch was von deinen Hundefreunden erzählen? Ah, du hast schon meine Kollegen getroffen. Als junge Künstler... Aber jetzt... Ja, ja, bla bla, das kennen wir ja schon. Äh, hey, könnt ihr gegen Stiere kämpfen? Ich habe da ein Stierproblem. Hey, könnt ihr gegen Stiere kämpfen? Ich habe ein Stierproblem. Tut mir leid. Künstler hier. Zarte Hände. Und wenn wir hier schon von Elodio sprechen... Nun ja. Es gibt nur einen Mann, der mit so einem Stier fertig werden kann. Wer wagt es? Wer kann gegen Elodio kämpfen? Wer wagt es? Wer kann gegen Elodio kämpfen? Ich spreche natürlich von Dingo in Flagrant im berüchtigten Playboy-Atalur. Ach, der Dingo in Flagrant, ey. Nicht mal, wenn die Hölle zufriert. Ach so. Warum bitten sie nicht Dingo um Hilfe? Ist er so teuer? Warum bitten sie nicht Dingo um Hilfe? Ist er zu teuer? Nein, wegen dem, was zwischen ihm und Edgar passiert ist. So ein Skandal. Was ist zwischen ihm vorgefallen? Was ist zwischen Dingo und Edgar vorgefallen? Tragödie, Verrat, Kunst, Liebe, Schmerz. Nichts, das du wissen willst. Komm schon. Erzähl es mir. Was ist dieser große Skandal? Hör mal. Schönheit und Wahrheit sind mein Geschäft. Nicht Schmutz. Aber wenn du vielleicht ein Kunstwerk kaufst, dann müsste ich ein wenig Konversation betreiben, während wir es einpacken. Du verstehst. Ich muss gehen. Sei brav. Also gut, was haben wir denn hier? Kaufen. Perlen vor die Säule. Und nochmal kaufen. Nichts. Nun, du willst dann doch bestimmt was anderes.